Moin Moin, mein Name ist Hamburg der Löwe und willkommen zurück zu Warhammer Chaos Bane und gehen wir gleich mal zum Questgeber, äh, Godchef oder so, wie man ihn auch aussprechen mag. Wir haben ihn ja seinen Sohn getötet, mal gucken. Trauert immer noch. Letzte Folge ist doch gar nicht so lange her. Also schon doch ein, zwei Tage. Da sollte man doch sowas schon verkraftet haben, oder? Oh, ein Schädelturm. Ich habe dir vorhin gesagt, du kannst nicht. Du musst den Red Axe ausreiten. Just like you did to the Bloodborne. Wie? Wie sonst? Othgrim Red Axe ist ein Champion von Khorne. Wenn du ihn für ein Single-Kombat würdest, würde er es akzeptieren, oder sonst würden seine Krieger ihn weig denken. Das ist es. Geh in die Tauern und Red Axe schlagen. Ja, ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Wenn du es in die Tauern schlägst, ohne sich zu schlagen, du kannst dich zu schlagen, wirst du Kultisten und Wurz, jedes Schritt weitergehen. Ha! Ich würde es nicht mehr so einfach. Was noch etwas anderes? Justice. Die Herausforderung braucht eine Offenung. Die Skull von einem Mütig Foe, Oh, wir haben Glück. Segen des Glücks. Die Götter geben deinem Charakter ein Segen des Glücks, der deinen Beutelbonus verschafft, solange dein Charakter unbesiegt wird. Okay. Ja, wir sind auch nicht gestorben. So, da blinkt noch was. Ach, wir haben noch hier ein, zwei Pünktchen. Die wollen ja auch noch vergeben werden. Wir gehen ja straight hier drauf. Das heißt, wir brauchen hier nicht weitergehen. Kritischer Schaden. Passiert mich nicht. Ich will... Oh man, wir müssen ja wirklich hier einmal so rum. Naja. Dauert noch ein bisschen, bis wir da hier ankommen. Nee, wir wollen da weiter. Hauptaufgabe. Aber ich wette mit euch, der verwandelt sich bestimmt, der Gegner. Der Schädelturm. Ah, hier warten schon viele nette Leute auf uns. Ey. Ich soll es hauen. Und natürlich nicht vergessen, einsammeln. Jetzt wird ein, zwei, aber genüge ich mich nicht. Brauchen schon ein bisschen mehr. Oh, die sind halt ein bisschen aufgepusht. Oh, oh, der wird da schauen. Jetzt hat er mich erwischt. Alter. Blut für den Blutgott. Ah. Er versteckt sich auch immer hinter seinen Leuten. Oh, wo ist er hin? Jetzt bist du tot, mein Freund. Oh, hier gibt's nichts. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Oh. Was ist da vorbei? Weißen, wie fies, ey. Heilung. Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. So. Jetzt kann's weitergehen. Aber bisher ist das Level schlauchig. Okay. Haben wir nur einen Weg quasi, den wir gehen. Aua, aua, aua. Hey. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Hat er. Hat er doch bestimmt ein paar Schädel. Ey. Dann haben wir diese scheißverfickten... Fernkämpfer. Fernkämpfer. Frederiv. Töte a tua... Töte ihn. тて siehst du? findest duわ! Tja, links, rechts, geradeaus. Ich glaube, da hinten geht es zu einer Truhe. Ne, hier geht es zu vorn, Anhänger. Ah. Oh, hier geht es doch weiter. Oh, schon wieder ein Levelaufstieg. Guck mir nur rechts. Ah, ja, hier sind ein paar. Verdammt, ich wollte das einsammeln. So, wo steckt der denn, der Champion? Langsam könnte er mal rauskommen. Ah, man guckt so früh, ja. Bleib stehen. Oh, schon fast wieder voll. Ah, nee, ich habe ja gerade auf eins gedrückt. Ich wollte eigentlich eine andere Taste nehmen. Oh, das sieht hier schon richtig aus. Wieder so ein Feuerdrache. Nee, es ist irgendwas ganz anderes. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist aber scheiße groß. Und dieser Herold, der kotzt mich jetzt schon an. Hier sind wir richtig. Na, komm her, du dreckiges Vieh. Boah, der ist schon mal nicht mehr gepusht. Oh, oh, was macht der? Oh, 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 oh. Ich mag den jetzt schon nicht. Ich brenne, ich töte. Ah, ich sterbe. Der heilt sich. Arschloch. Ich heile mich auch. Ah, jetzt brennt er wieder. Gut. Oh, weg, 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 weg. Oh, der ging doch. Aber wir haben ja mit dieser, äh, mit diesem, mit dieser Attacke echt gut schon. Fertig gemacht. Brauchte ich noch gar nicht die Superattacke. Aber wir sind hier auf dem richtigen Weg. Das sieht hier so nah richtig kornig aus. Ma, die sehen schon besser aus. Die haben schon alle dieses Korn-Symbol. Obwohl, die werden jetzt richtig hart. Ach, was ist der sogar? Feige Ratte. Boah, jetzt hab ich hier drei von diesen großen Viechern. Ey, ich komm mal nicht raus. Nummer eins. Nummer zwei. Und nochmal drei. Das war alles. Pah. Kurz warten, bis er nachgeladen hat hier. Weil die Attacke werden wir gleich wieder brauchen. Mitreichen. Wo ist er hin? Toll, noch mehr von seinen unnützigen Kornleuten töten. Wir haben ja schon echt hunderte gekillt. Also kämpfen wir uns den Weg quasi nochmal durch, ja? Einfach nochmal alles abschlachten. Und so langsam habe ich auch hier die Stadt Prag so ein bisschen satt, muss ich sagen. Weil die vom Level-Design geben sich nicht so viel Mühe, finde ich. Es sind zwar immer alles unterschiedliche Gänge, wo man lang geht, aber irgendwann hat man es doch mal satt. Darum werde ich die Rot-Axt mit Freude enthaupten. Na, jetzt holt er so eine Verstärkung hier, die Ratte. Ist noch kurz weg. Ohne so einen Bannerträger sitzt er auch gleich viel handsamer. Schade. Sackgasse. Und auch diese Sackgasse, da haben wir bestimmt schon zehnmal gesehen. Zum Sammeln, oder? Ne. Das ist Deko. Ich komme da hin, komme her. So. So. Oh, da tun wir uns mal. Schön manchmal, wie sie sterben. Naja, auch diese Sackgasse haben wir schon ein paar Mal gesehen. Na, kommt. Er hat bald keine Armee mehr, wenn wir die alle töten. Wir sind nur ein Mannarmee hier. Keine Chance hat er. Keine. Und Rückzug, falsche Richtung, falsche Richtung. Da wollten wir nicht rein. Ich wollte ein bisschen hier was sammeln. Ja, ich verstehe schon. Das ist dann schlimm. Nein, da hin. So. Was? Kriegt der da wieder Verstärkung? Haben die mich echt noch hier verwundet. War hier noch was? Ich wollte mal auch nicht vergessen. Hm, ach komm, warum wir uns das mal einfach hier. Hehehe. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, nicht sterben, heilen. So, jetzt geht's weiter. Und weg, 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 weg. So. Bin ich aus Versehen in die falsche Richtung gesprungen? Jetzt bist du alleine. Jetzt bist du auch nicht mehr so stark, ne? Ah doch, die Schwache ist aber auch nicht. Aber mit Heilung geht alles wieder. Puh. Ja. Ja, so geht das. Ja, so geht das richtig gut ab hier. Komm her, lauf doch nicht weg, bleib doch hier. Jetzt holt er wieder Verstärkung. So eine feige Ratte. Oh, das muss man einsammeln. Ups, habe ich die vergessen? Entschuldigung. Nehmen wir die auch nochmal mit. Rot-Axt, Rot-Axt, hochschweigst du nur. Und Heilung. Kommt mal zur Seite, nochmal Heilung einsammeln. Heilen wir uns? Oder was ist das? Können wir noch Dauerschaden irgendwie? Ah, kommt her, ihr kleinen Goofies. Oh, jetzt könnte er mal langsam kommen, du. Hm, achso. Gleich mal Heilung hinterher schmeißen. Mittlerweile kann ich schon gar nicht mehr sehen, wie wir schlagen. Ist hier nur noch tot und verderben. Ja, so ist gut. Und zum Schluss fällt der Bannerträger. Zack. Gehen wir mal hier lang. Irgendwo wird er aber schon sein, ja. Ah, es kommt dann wieder von hinten her. Er traut sich einfach nicht alleine. Er sucht immer Freunde und dann kommt er wieder. Ich habe wirklich so das starke Gefühl, dass wir identisch das Level letztes Runde schon gespielt haben. Oder letztes Mal. Level verworsten vom Feinsten. Scheiße, Sackgasse. Und noch diese Sackgasse haben wir auch schon vorhin schon mal gesehen. Was sind sie? Was bringt denn die Fähigkeit? Was bringt denn die Fähigkeit? Was ist das? Wir haben hier wieder zwei Punkte. Gucken wir mal später rein. Was ist denn Sense? Du wirfst eine wirbelnde Axt mit einer Chance, Feinde zu ködern. Ja, könnte man noch mehr Feinde weglocken, aber wir bleiben erstmal dabei, was wir haben hier. Nee, ich lasse dich da am Leben. Puh. Na gut. Ich habe dich verwechselt. Ich weiß jetzt nicht welcher, welcher war. Ich glaube, den würde ich am Leben lassen wollte. Der ist dann auch gestorben. Dann können wir nochmal kurz hier in die Ecke reingehen. Ja, schon wieder. Ups, falsche Richtung. Aber es sind immer so, es werden immer, ich weiß nicht, es werden gefühlt weniger, oder? Oh, 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 oh. Oh, Heilung, Heilung, Heilung. Das war zu spät. Das war zu spät. Scheiße. 10.000. Ja, super. Ah, Reit hier gekehlt. Schade. Bin zwar gestorben. Ich hab eigentlich gehofft, dass wir noch länger ohne Heilung zumindest bis zum Gegner kommen. Beim Gegner-Rotachs werden wir bestimmt ein paar Mal sterben. Oh, da geht's weiter. Ach komm, scheiß auf die anderen. Obwohl, wir machen auch folgendes. Damit die Videos nicht allzu lang werden, gehen wir mal ganz kurz da lang. Genau, holen wir uns da noch die Truhe. Ah, ihr kleinen Pappenhausen. Komm, ah ja, ja. So. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal die Truhe. Ich guck mal an, ob wir hier noch bessere Sachen haben. Ansonsten gehen wir dann gleich mal zu Rot-Axt. Ach, gleich. Nächste Folge. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da oder einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.